Jake Gyllenhaal ist ein talentierter und vielseitiger Schauspieler, der sich durch seine beeindruckenden Darstellungen in einer Vielzahl von Genres einen Namen gemacht hat. Von packenden Dramen über spannende Thriller bis hin zu emotionalen Geschichten hat Gyllenhaal immer wieder bewiesen, dass er in der Lage ist, komplexe Charaktere mit Tiefe und Authentizität zu verkörpern. Hier sind die fünf besten Filme mit Jake Gyllenhaal, die sein schauspielerisches Können und seine Bandbreite eindrucksvoll zur Geltung bringen. Platz 5, Southpaw In diesem Sportdrama spielt Gyllenhaal Billy Hope einen erfolgreichen Boxer, dessen Leben nach einer Tragödie aus den Fugen gerät. Der Film zeigt seinen Kampf um Rehabilitation und den Versuch, das Sorgerecht für seine Tochter zurückzugewinnen. Gyllenhaals körperliche Transformation für die Rolle sowie seine emotionale Darbietung machen diesen Film zu einem kraftvollen Erlebnis. Platz 4, Prisoners In diesem spannungsgeladenen Thriller unter der Regie von Denis Villeneuve spielt Gyllenhaal Detective Loki, der versucht, das Verschwinden zweier jungen Mädchen aufzuklären. Die Geschichte entfaltet sich in einem düsteren Setting voller moralischer Dilemmata und intensiver Emotionen. Gyllenhaals Leistung als hartnäckiger Ermittler wird von Kritikern hochgelobt und trägt zur dichten Atmosphäre des Films bei. Platz 3, Nightcrawler In diesem packenden Thriller spielt Gyllenhaal Lou Bloom, einen skrupellosen Freiberufler, der nachts in Los Angeles nach Unfällen und Verbrechen sucht, um sie zu filmen und an Nachrichtenagenturen zu verkaufen. Seine verstörende Performance zeigt die Abgründe menschlicher Ambition und Moralität. Der Film erhielt viel Lob für seine düstere Atmosphäre und Gyllenhaals fesselnde Darstellung eines Mannes, der bereit ist, alles für den Erfolg zu tun. Platz 2, Broke Back Mountain In diesem bewegenden Drama unter der Regie Film von Ang Lee spielt Gyllenhaal Jack Twist, einen Cowboy, der eine verbotene Liebesbeziehung mit Ennis Del Mar, gespielt von Heath Ledger, eingeht. Der Film behandelt Themen wie Liebe, Verlust und gesellschaftliche Konventionen und wird für seine einfühlsame Erzählweise sowie die herausragenden Leistungen des gesamten Casts gelobt. Gyllenhaals Darstellung von Jack Jack brachte ihm eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller ein. Platz 1, Donnie Darko In diesem Kultklassiker spielt Gyllenhaal den titelgebenden Donnie Darko, einen Teenager, der von visionären Träumen und einem mysteriösen Hasen namens Frank heimgesucht wird. Der Film kombiniert Elemente von Science-Fiction, Psychodrama und Coming-of-Age-Geschichte und erforscht Themen wie Zeitreisen, psychische Gesundheit und die Suche nach Identität. Gyllenhaals eindringliche Darstellung des verwirrten und verletzlichen Donnie machte ihn über Nacht zum Star und etablierte den Film als zeitlosen Klassiker. Diese fünf Filme zeigen nicht nur Jake Gyllenhaals schauspielerisches Talent, sondern auch seine Fähigkeit, sich in verschiedene Rollen hineinzuversetzen und komplexe Charaktere darzustellen. Mit seiner beeindruckenden Bandbreite hat er sich als einer der herausragendsten Schauspieler seiner Generation etabliert und bleibt ein fester Bestandteil des zeitgenössischen Kinos. Welche sind eure Lieblingsrollen von Jake Gyllenhaal? Schreibt es uns in die Kommentare! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like! Bis zum nächsten Mal!